Hey, what's up guys? Es geht wieder weiter hier bei Skate 3 und ja, wir nehmen die nächste Thrasher-Aufgabe an. Springen über die dritte Treppe. Schauen wir uns das mal an. Ja, hier ist es echt total verschärft. Aber du brauchst ne Menge Tempo, wenn du ganz nach oben willst. Ah, so ein Stairset ist es also. Okay. Okay. Der Clou dabei ist, erstmal zu checken, dass man hier so an der Seite so langfahren muss. Ah, da bin ich schief gelandet. Sonst wäre das was geworden. So, nochmal. Schade. Ja! Ah, okay. Würde ich aber nicht sagen. Gerockt. Geile Fotostrecke. Wie immer vom Thrasher. Hey, Burnett sucht nach dir. Er will nämlich einen Artikel über dich und sein Comeback schreiben. Also such ihn mal schön schnell. Ja, wir gucken uns aber mal die Fotos an. Das war die Aufgabe. Ja, die war auch ein bisschen scheiße. Die war, die war dann wieder geil. Die war dann auch ein bisschen scheiße. Thrasher Der Tatort Ich glaube Wir sind fast am Ende Ich glaube, das ist die letzte Thrasher-Aufgabe Wenn ich mich nicht sehr irre So Hey, was geht? Der Tatort Sammy, to deine Aufgabe Das ist er Der Ort des Verbrechens Bist du sicher? Dass du darauf skaten willst? Okay, ich hab die Storys gehört, aber das Ding ist krank Ja, bei App hätte geklappt Aber es waren Cops am Start Mann, wenn du den Drop echt abziehen willst Ist das deine Sache, aber Mach dir keinen Kopf Du kriegst dein Cover-Foto schon noch Okay, Digges Das wird deine Beerdigung Nein, geben wir uns das mal Irgendwas machen Hauptsache um 5-540-Spin Der Spot ist einfach nur krank Was ist da? Nee In der Tat 1-4-7-20 1-4-7-20 Ja, such dir einfach eins aus, das du gut findest Das haben wir jetzt realistisch gemacht Sodass Burnett hier nicht so krass ran So, wenn du das mal zoomen kannst Ja, machen wir das Das sieht am ehesten aus Hey, du bist wieder auf dem Cover von Thresher Bestes Comeback aller Zeiten Ja, würde ich auch so sagen So, wähl einen Schuhsponsor Adidas Wählen Voll gesponsert Voll gesponsert Alle Sponsorenverträge erlangen Juhu Haben wir geschafft So, lesen wir Red hat angerufen Deine NG hat gerade das Krassometer explodieren lassen Und ist zum Tatort zurückgekehrt Um den berüchtigten Murderhorn Drop Am Damm Für ein Thresher-Cover zu landen Verdammt Was? Ein Mega Drop einfach Gut Hey, what's up guys Es geht hier an dieser Stelle wieder weiter Ähm, ja Was hab ich gemacht? Ich hab das ganze Spiel nochmal von vorne gespielt Hab jetzt ein, zwei Team-Challenges nochmal abgeschlossen Denn nach dieser ganzen Thresher-Cover-Skatemack-Geschichte Kam noch eine finale Cutscene Und die wurde bis dato noch nicht ausgelöst Was mich so ein bisschen verwundert hat Deswegen gehen wir jetzt mal Eine neue Aufgabe an Und zwar Ähm Eine Demo Die Spendensammlung Gucken wir uns das mal an Ich glaube das war quasi ein Street-Contest Aber wir schauen mal Was sich doch wirklich dahinter verbirgt So, mal gucken Was war das hier? Ah genau, ich wusste es Okay Das hat denn gefehlt So, Vorgabe 12,5k Ah, ich hab's nicht gesehen Okay Okay, das war mal eine Combo Oh, dieser Footplant Der reißt so viele Combo's mit Ich hab auch so in der Zwischenzeit Jetzt langsam raus Wie man An den richtigen Stellen natürlich Bodyflip macht Also Frontflip meine ich damit ETC Okay Das war schlecht Oh, ich hab's nicht gesehen Oh, ich hab's nicht gesehen Ja, ich hab's nicht gesehen Ja, genau Lederlich, damit ich mich dann hinschmeißen kann Ist klar Ja, tut's auch Yes So, bester Trick Ah, der Der war auch geil So Gucken wir uns mal kurz an Hier kam noch eine Cutscene jetzt, ne? Oder? Das war der Hammer Du hast es voll gekillt Check mal die Crowd Die drehen ja wohl voller am Rad Ja, und du weißt, dass wir cool sind Wir? Bis jetzt hast du nicht unternommen Um Geld für den Skatepark zu sammeln Vielleicht warst du, wie sie mit Autogramme schreiben warst Verdammt, 1843, das ist lächerlich Aber keine Sorge, ich hab das schon mal gemacht Wenn wir genug Geld sammeln Gib 10 Wänden Skaten, was sie schon so lange verdienen Ein Skatepark im schönen Downtown Geil, ey, du bist cool! Jo, du willst beweisen, dass du rehabilitiert bist? Kauf der Stadt einen Part Gib den Leuten was zurück Jo, den letzten Part in einem Video zu bekommen ist ein Segen und ein Fluch Jetzt musst du gute Szenen drehen Äh, sag ich doch Ich kann halt jetzt langsam Okay, so hoch Wird nix So, Moment Karriere nochmal kurz gucken Film Interessiert mich erstmal nicht Äh, Eigentum Monster Clubhouse Die Nummer vergisst du nicht so schnell So, na komm Komm, sieh zu Aber was haben wir hier Dann, bitte, danke schön An Monster Guck mal, Leute Aus Digge, zieh dich an Du hast es geschafft Der Spot hier ist so krass Jetzt sollten wir aber wirklich skaten Oh, was geht, D-Way? Was geht, Rob? Ja, wollt nur mal vorbeichecken Wo steht die Mega denn? Sowas gibt's hier nicht, D-Way Wir brauchen eine Sondervorstellung von Street, Danny Okay, yo, kein Akt Hab mein Spielzeugbord dabei Das nenne ich mal Rehabilitation Du hast einen Skatepark für die Stadt gekauft Krass, Mann Echt edel Jupp Genau deswegen machen wir jetzt Die Eröffnung klar Von Vom Skatepark in Downtown Okay, dann machen wir das mal Okay, dann machen wir das Hier, wo? Okay, dann machen wir das Okay Yes Das war auf jeden Fall nice So, okay So, gucken wir uns mal die kommen mal an Jo, genau die Dachte ich mir schon Okay, wir sind vorne Mal gucken wie die zweite Runde aussieht Okay Regular Okay 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 Weiter geht Nexus roll Sehr schön Okay Wieder vorne So Wieder vorne Und noch eine dritte Runde Oder nicht So, von hier oben Yes Boah, Mann Ah, schade Ja Zu geil gewesen Zu geil gewesen Hier lang Boah, TK ist Dammit Ah, verdammt Okay Okay Sehr schön Einmal Oh, da hatte ich noch genug Das war krass Wunderbar hier Jupp So Das müsste es an sich das die letzte Runde gewesen sein. Auf jeden Fall. Nee, die Stellen sind irgendwie kacke zu meistern. Wenn man so wenig Speed hat. So, mal gucken. So, Drop Skills. Das machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Ich glaube, wir haben es denn fast geschafft. Schließen Sie bitte Ihren Controller wieder an. Der ist angeschlossen. Dankeschön. Drop Skills. Alter, der Spot ist echt krass, yo. Hier kannst du richtig krasse Sachen machen, Mann. Du weißt es, ich weiß es. Jeder weiß es. Alles klar. So. Okay, wir nehmen auf. Late Flip, Hippie Jump. Okay, wir machen erst mal den Late Flip. Nee, das war schon mal nichts. Ich möchte den Late Flip zuerst machen. Noch mal neu. Hatte man echt so wenig Zeit? Mir war wie 1,30. Aber wie war das sonst immer? Was ist denn nun mit dem los? Oh, das hat dich gerade voll zerlegt. Ein bisschen. Okay. Ja, das meine ich doch. Häng dich rein. Jupp. Gescheitert. Nochmal. Oh, nicht lustig. Oh, komm schon, ey. Hallo. Was ist denn das hier gerade? Verdammt, das war ätzend. Ja, und diesmal wird's cool. Oh, fuck it. Oh, dickes. Bist du okay? Oh, fuck this shit, ey. Was ist denn mit mir los? Oh, das war der Rear-Mark hier. Alles okay? Pass das in den Disswaters. Oh, mein. Kommt, da muss ich ein... Was ist denn mit denen? Na, komm. Jetzt. Jetzt. Check das mal. Das wird krass. Oh, das war echt fünf vor zwölf. Oh, das war echt fünf vor zwölf. So, das ist ja so ein Scheiß. Sind hier auch noch die Profi-Aufgaben. Ohne den Spot ist jetzt nicht von Bedeutung. Fehlt da wieder irgendwas? Okay, ich melde mich am besten mal wieder, wenn ich hier noch ein, zwei Aufgaben gemacht habe, weil dann müsste eigentlich auch diese Cutscene kommen. Also auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.